Man denkt halt, du musst halt auch laut sprechen. Okay. Halt, ich muss doch meine Figur auf. Hey Kinder, was geht bei euch? Hallo. Und zwar schießt jemand am und ich laufe. Gut? Ein bisschen halt generell die Münder gut bewegen, stark bewegen. Ja, aber bei dir geht es wesentlich besser wie bei mir. Nee, guck mal, wenn ich nochmal spreche, guck mal. Da macht er auch nichts. Ich spreche jetzt einfach gerade von mich hin und er zieht hinten immer die Lefzen hoch. Das war gar nicht so schlecht, ne? Chapeau, Chapeau. Chapeau. Hinter uns ist ein Fall. Das ist ein Gegner, das ist unser Mate. Okay, was? Jawohl, jawohl. Oh. Du musst schon irgendwie hingucken. Ja, 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 ja. Jawohl. Er war schon laut, oder? Die Figuren sind kacke. Knapp verloren. Wo bist du gegangen? Line. 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 Line in. Cool, mit der kann ich sogar drauf gucken, guck mal. Oh. Hallo? Ich such dir einen aus. Guck mal, deine. Oh, gut. Hallo. Hallo. Guten Tag. Beide. Guck mal, was da drüben ist. Guck mal, der Mann da. Wow. Ach Gott. Ach. Ach Gott. Also, versuch zwei. Versuch. Nummer zwei. Bretonnia steuert und ich schieße. Okay. Ja, ja. Der sieht doch aus wie ich. Genauso. Ja, ein Schassi. Wir sind jetzt im Kampf. Immer sehen wir hässlich aus. Hör auf. Easy, easy. Ich mach's einfach durch in den Mund auf. Boah. Da oben, da oben im Fenster. Scheiße, Alter. Okay. Mit der Chef-Arche. Du, meine, guck mal, meine. Ich meine, ich habe eine völlige Masse gezogen. Na rechts. Hab ja, Oschi. Das darf man doch gar nicht, oder? wir können nichts hören die wollen uns kicken dumm oder was wahrscheinlich aber ich sehe nicht ich sehe nicht ja 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 okay das ist der geradina rechts gespielt dass alle eine gespielt ist ja dann kann es besser aber lauf der schiebt uns um nach rechts oder links musst du laufen bei der wäler was scheiße ich gucke auf die karte nicht nachladen können es geht einmal ich habe meinen mund zu meiner macht er jetzt nicht aber dann doch nun aber da aber es war klar ja drei stück so letzter kiel bostet das war gar nicht so schlecht aber wette nie was ist eigentlich heute abend vielleicht live stream richtig um 18 uhr